Zauberstab Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein Danke, Professor Fick Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr Eliasar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet Die gerade Besucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben Es ist so lange her, als deine Eule ankam Also ich... Lieber nicht hier, Eliasar Hm? Natürlich Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier Grandiose Idee Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat Überhaupt nichts, Sir Nach Ihnen Ewig her, dass ich im Schloss war Wäre gut, den alten Steinhaupten wiederzusehen Und mit den Heiden Ich hätte sie zu Hause Ich habe Zeit nicht unter mir Und mit den Schrocken Neh, vor allem Ich habe keine vene, wie möglich Ich habe die Vorbereitung über die Vorbereitung auf den Häusern Ich habe die Vorbereitung Ich habe die Vorbereitung Gewicht in den Häusern Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es müssen Ihre Hand schnell! Alles in Ordnung? Sie sind verletzt? Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Ja, da haben wir zwei jetzt. Ich hoffe, alle sind wach. Das war mal ein langes Entrum. Ich komme zu Horgo's Legacy. Wie ihr seht, ich will direkt ins Spiel. Ich werde aber mal das eigene Spiel ein bisschen leiser machen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das einen Ticken zu laut ist für das Ganze. Dann habe ich mir so einen guten Harald mal. Hier ist immer seine Jacke steckt. Armer Trott. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Tage wäre niemals... Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Port-Schlüssel. Port-Schlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Er ist wieder weit. Das Buchwun-System ist auch On Point. Der sieht ein bisschen besorgt aus. Ein bisschen Durchfall, wer weiß. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Buchland. Sir, diese Ruin. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Also dafür, dass seine Frau vor einigen Monaten anscheinend gehofft wurde, ist er echt chill damit, mit der Gesamtsituation. Sieht sich ein bisschen clunky an, um ehrlich zu sein. Willst du mal rauszoomen? Okay, scheinlich. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch Sie errichtet und ist ein Haupt auf diese alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. So aussehen sieht schon, ja. Kaum mit leben. Also wenn es interessiert, Raid Tracing ist aus. Warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders, als sie jede andere machen. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Ja, was soll ich sagen? Achso, die Grafikeinstellungen sind alle grundsätzlich auf Ultra. Dementsprechend sieht das hoffentlich ganz gut aus. So, Basis-Zauberwirken. Gemaust das da? Okay, aber kurz zählt. Zählt also mit der Kamera. Sagen wir schon mit Fokus auf You. Das war etwas holpriger als erwartet. Ich habe auch anscheinend keine Ressourcen. Ich kann das so oft machen, wie ich will, ne? Wir können verbessert immer weiter. Danke, Sir. Also, wenn ich das in echt könnte, ne? Ich kann damit nur Blödsinn machen. Aufläuft da lang. Gucken wir mal hier. Ja. Hallo? Ah, 52 Geulock, ja. Ich hatte so gesehen, dass wir so haben was jetzt. Bleiben Sie ruhig. Eine Pfosten, der da so ein bisschen nachgeheilt ist, hey. Aber der Wind, der zackt in den Ohren, hey. Ich habe es geschafft! Wenn Sie sein lassen sollten oder nicht, weil eigentlich war das Spaß. Ich schätze, um für sicher zu sein. Ihr Parkflüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Ich versuch's zu finden, ich versuch's zu finden, indem ich Zelda-Style alle Vasen, ja. In der Mitte, das bin ich, okay. Ziel ist das, gehören, einen einzelnen Auftrag an- abzuschalten, okay. Ich muss noch ein bisschen gucken, wie die Architektur ist, ob das so, ähm, ob Kisten sehr obvious sind oder nicht, ne, weil in manchen Spielen hast du die so direkt im Gesicht und in manchen Spielen musst du die richtig suchen. Ich bin mir halt noch nicht sicher, welche Art es hier gibt. Aber Treffer fühlen sich gut an, wenn die nahe dran sind. So dieses nachgemachte Force-Feedback ist schon cool. Ich denke schon, wie viele Leute ich damit triggere, dass ich die ganzen Sachen einfach kaputt mache. Was könnte er bloß blockieren? Das ist nicht. Macht gut, die PS. Professor Feeck! Oh. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Port-Schlüsselbehälter. Hier sind die Auserwählte. Oh. Okay, untersuchen, nicht einfach böllern. Merlins Namen. Mein Gottrichs Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Ich fühle mich. Excuse me. Unmöglich. Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel. Hm? Der Schlüssel ihrer Frau. Oh. Ja. Natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Das Voice-Acting ist so fitting, ja? Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Bunderte. Auf dem Weg zu Verliese, immer zwölf, sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Haufen von ihm. Diese Verliese sind am Neuesten. Sind die Wagen der Eingänge in die Bank der Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beiden könnte solch einen Dienst beanspruchen. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Verlies Nummer 12 ist ein großer Tag. Weiterfahren. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Hörtschlüsselbehälter? Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen, wir haben uns über den Kobold dahinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Natürlich ist sofort ein bisschen Sass, ne? Dass er ein Spion ist. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. So, jetzt bin ich aber gespannt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Märchen einfach leer. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Für die Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Viel Glück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht ernsthaft, oder? Jetzt, äh... Ah, wie hieß das Online-Game davon nochmal? Hier, Pokémon Go, Noah's Harry Potter. Wie Flashbacks. Gott, ich hoffe, ich verkack das nicht. Ja. Okay, Sie, man muss nur weglaufen davor. Revedio. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Schauen wir uns erstmal ein bisschen an. Boah, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich das tracen muss mit der Maus, weil es fühlt sich noch nicht so gut an. Ich muss nachher bestimmt ein bisschen was umstellen. Aber eine Mausempfindlichkeit. Eine Tür? Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Hedwig Star, berühren. Hehe, waltet. Lumos. Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Von der Stimmung her super gemacht. Fährt mir alles gut. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Schon keine Konsequenzen, wenn wir das einfach berühren. Oh, komm mal. Oh, komm mal. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Reveilion. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Oh, nice. Also Leertaste scheint nur so eine Art Boost zu sein. Ähm, du hast den Lichtzauber Lumos erhalten, der automatisch deinen Zauber aus dir zugewiesen wurde. Lass die Spitze deines Stabs aufleuchten, damit du in dunklen Gebieten besser sehen kannst. Tippe 1, um Lumos zu wirken oder zu beenden. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Das sieht irgendwie so aus, als ob wir gleich auch das Pläppchen bekommen. Oh. Oh. Oh Gott. Hm. Natürlich ein bisschen troll, ne? Wenn die so chargen. Bunkrate! Oh Weil ich das richtig gesehen habe, kommt kurz vor dem Angriff so ein kleiner Circle für das Timing. War im ersten paar Mal nicht gesehen. Ah, dorthin führen sie mich. Das leuchtet mir wieder. Oh Gott. Das sind drei Stauern. Revedium. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. Revedium macht auch die Kisten sichtbar. Das ist neu. Alle drei Gleise hatte ich machen. So ein nacheinander Ding. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Vielleicht muss jede gleichzeitig zum Stehen kommen. Aufgepasst. Heute Q werden Protego gedrückt, um Gegner mit dem Stupor-Konter zu betäuben. Betäubte Gegner nehmen extra Schaden, die durch den goldenen Zahlen angezeigt werden. Was soll ich das auf Anlegen, ne? Was soll das der Ballschirke werden? Was soll das der Ballschirke werden? Kann aber auch keinen Cooldons haben so weit nicht. finde ich ein bisschen schade dass man halt zum deutschen auf sich gucken muss man nimmt nicht mehr so viel war vom vom battlefield gefühl aus gewohnheitssachen nicht aber ich würde sagen für part 1 lasse ich das erstmal kurz so stehen ich bedanke mich fürs zugucken auch wenn natürlich sehr speech heavy ist ich hoffe ich schalte das nächste mal wieder ein die nächste folge kommt bestimmt morgen oder gleich noch je nachdem wie viel schaffe abzulauben und wenn ihr mich live spielen sehen wollt am mittwoch kommende mittwoch nach diesem video könnte es ein live stream geben wenn ich von der messe rechtzeitig bin ansonsten am freitag ja ich hoffe ihr habt einen schönen abend und bis dann euer dog tactics